Stadtwerk-Henz mit dem SC Preußen Münster. Runde 1. Classic Quiz. Wer war der Gegner des SC Preußen Münster am ersten Spieltag der laufenden Saison? Bro, Wattenscheid, was ist los? Oh ja, das stimmt. 4-1 gewonnen, ich habe Tor geschossen. Darum weiß ich das, anders hat er das nicht gewissen. Was ist die Mottec-Strehle? Mottec-Strehle? Ist das, weil ich kein Deutsch kann? Mottec ist der Hammer. Überleg mal, wo ist das Preußenstadion? Hammer, Strass. Der hat mein Leben aufs genommen. Nenne eine der drei Buslinien der Stadtwerke Münster, die am Preußenstadion halten. Ey. Ich sage nur etwas, 52. Ich hätte gesagt, ich schuhe auf meinen Muttern, ich wollte 52 haben. Ja, dann sage ich 47. Es wäre die 1, die 5 oder die 9 gewesen. Ich bin immer mit Fahrrad hier. In welchem Jahr gründeten Schüler des Johann-Konrad-Schlauen-Gymnasiums den FC Preußen? Ich war es 1906 oder nicht? Ich war es. Das ist so einfach. Aber dann habe ich mir gedacht, das ist so einfach, das kann ich nur zu... Ja, okay. 1963 bestritt der SCP sein erstes Bundesligaspiel. Gegen wen? Dortmund. Möchtest du noch raten? Ja, ich will noch raten, ja. Äh... Eins, zwei... Nein, 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 okay. Ich raten, ich raten. Ähm... Willst du forschen, Alter? Äh... Ey, sag mal was jetzt! Okay, ich sage Hamburg. Jawohl! Edward! Kick für Team 1. Zwischenstand. Weiter geht's in der nächsten Folge. Versuchen so sehr zwei? Bud war ich es grad und nicht. Espera hat er았어 mal etwas mehr, ja gutter. Bis zum nächsten Mal.